So, hallo und herzlich willkommen zum entspannten Seven Days to Die. Ja, in der Folge werden wir definitiv sterben und das ist meine Meinung. Ich habe ja in der letzten Folge, habe ich euch ja gefragt gehabt, ähm, wie sieht es aus? Was ist eure Meinung? Werden wir in der Folge sterben? Bisher wissen wir es ja noch nicht, weil ich spiele es ja jetzt gerade erst. Aber, äh, oh, Wunder. Sehr gut. Ähm, also meine persönliche Meinung ist, wir werden sterben. Das, davon gehe ich mal aus. Leider ist es so. Ich glaube nicht, dass wir das den Kiel überlegen. Also ich hoffe natürlich irgendwann, dass ich mich irre, aber so kaputt wie die Base ist. Ach, guck mal, von der Seite kommen sie. Ne, ich höre die noch von da, oder? Ja, okay. Woher kommt mehr von da? Ähm, gehe ich mal nicht davon aus, dass wir das den Kiel überlegen. Also das ist Wunsch, denken. Ja, geh runter. Ich geh hoch, geh runter. Ja, das ist gut. Ja. Dann kriegst du mal ein Zombie in der Farale heute, möchte ich wenige sich getötet haben. Guckt euch das mal an. Wir können hier einfach hoch spazieren, so. Ja, ich weiß, äh, das bringt nicht viel. Das braucht er mir jetzt nicht sagen, aber, äh. Ich wollte schon immer mal so eine Sandfestung irgendwie. Ich weiß gar nicht ernsthaft jetzt, ähm, in der Alpha, hm, schießt mich mal tot, keine Ahnung. Da war das wirklich so, ähm, da konnte man, ähm, mit einfachen Sachen, zum Beispiel mit der Zeltplanung, ne, man konnte da wirklich überleben. Aber, mh, 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 da scheint ja irgendwie nicht mehr zu klappen. Habe ich irgendwie so, das Gefühl. Ich baue hier noch auf und die sind schon da unten und kloppen alles kaputt. Naja. Äh, so, aber was wir mal machen, wir schmeißen hier undichtige Sachen jetzt einfach mal raus. Äh, wir brauchen nichts reparieren, wir haben eh kein Wölz. Alkohol packen wir uns mal rein. Äh, wie wir es mal mit einer Kettensäge, falls wir irgendwie mal so in Schwierigkeiten kommen sollten. Also, ich, ich weiß ja nicht, keine Ahnung, vielleicht bringt es was, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Guck mal, gleich da zum Beispiel, das könnte man ja mal testen. Boah. Für die Peralzombies wäre es echt gar nicht mal so schlecht, ne? Ähm, wahr, packen wir mal ein Wurzeln hin. Oh, nein. Hatten wir nicht eine Pistole, also die wird uns jetzt auch nicht viel drin. Aber die war ja auch kaputt und wir haben da auch nur ein paar Schuss gehabt, ne? Das ist gar nicht mal so schlecht, dass die jetzt hier über diese Pieker laufen, weil dann krabbeln die alle nie noch. Das gehört jetzt so mehr oder weniger so halb zum Plan, wie man so ein bisschen überleben könnte. Äh, schöner wäre natürlich, wenn die auch mal über die Minen trappeln würden, ne? Ach so, ich hab hier einen Zombie gesehen. Irgendwie. Äh, wenn wir das Ding überleben, dann ist das nicht überall. Piechern, piechern, na masch. Ja, Mann. Und euch hat man ja ewig nichts mehr gesehen. Jetzt bei der achten Spasis und da kommt der, ja? Ja. Ja. Ich will, dass wir satt sind und dann heilen wir uns ja auch selber. Ich glaub, über 50% muss man da sein, ne? Und dann machen wir mal dieses Video. Und dann nehmen wir's ja auch nur noch so. glück einfach mal noch was wir haben nur wasser auch so schön ach nee warte mal glückgang tun wir mal nicht so viel weil sonst können wir keine alkohol noch vertrinken das wäre ja doof seht ihr selbst da schieße ich hin und ich treffe diese eisenverstärkung die müssen wir uns irgendwie es war zwar echt gut gedacht mit der eisenverstärkung aber dass sie so derartig im weg steht das macht ja nicht so gehen wir mal lieber weg ah, der Raal zum Lust die können unten sein darauf hab ich hier oben gar keinen Lust oder warte mal wir warte mal, warte mal, wir sind mal ein bisschen laut hier oder jetzt kommen die mir noch alle hinterher ja, jetzt locken die mir doch mal hin genau, so ach, ooooh kann ich mal ausprobieren wie cool, ich kann das ja, die ist so wirklich, ne hehehe hehehe ja, das macht Spaß ja, das macht Spaß das ist da drinnen wollten wir nicht eigentlich schon mal Rohrbomben bauen war noch nicht mal was ja, das ist so krass, das ist aber nicht warte mal, lass uns hier doch mal hier nach hinten locker jetzt willst du schonmal runter verfallen Wolle, ich liebe dich. Hier hat man was doch geschafft, da. Aber wir haben jetzt natürlich die Erde auf die Karte gezogen. Na, gucke mal. Das ist jetzt ein bisschen... Das tut mir leid. Aber... Das ist nicht. Was ist denn? Du, was ist... Was? Was? Wo bin ich tot? Hallo? Was war das denn jetzt? Na, weg hier. Das ist schön, was ich hier fahren habe. Warte mal. Ich muss jetzt mal ein Zeugteil auswählen. Mit der Hand. Puh! Hat er jetzt das nicht genommen? Gut, also wir haben sie auf jeden Fall auf die Seite hier jetzt gelockt. Das ist ja schon mal ganz witzig. No way. Komm, Peral, komm Peral, kappel doch mal eine Mine. Das ist toll. Damit fliegst du hoch. Ja? Okay. Ich ahne was, Leute. Ich glaube, der kommt jetzt von hier drinnen, ne? Ich höre ein Wartschirm. Ich höre ein Wartschirm. Ähm... Warte mal, ich muss die auch nicht hierher lassen. Das sieht aber alles gut aus, ne? Oh, man. So, also das war auf jeden Fall ein schönes Ketten, äh, so, die Massaker. Na komm, lauf doch da hin. Warte mal, wenn ich jetzt da hinschieße, dann laufen die doch... Kann ich sie nicht irgendwie machen? Ja. Geht nicht. Schade. Meine Peralhobbe geht's nicht. Schöner wäre ja wirklich, wenn die Peral-Chambies mag, sich so ein bisschen... ...zudizieren würden. Okay. Stürm! Hm, da ist ja alles durch, ey. Ihr könnt froh sein, dass wir nicht da unten sind. Aber ich steuere wirklich, dass die Base noch so viel auswirft. Ach, ich darf doch nicht, ey. Ich hab noch Termine. Man merkt da, wie ruhig ich bin, ne? Ich bin hochkonzentriert, um den Peral-Chambies zu treffen. Hochkonzentriert. Wir wollten echt noch Vorbomben mal bauen, ne? Sollte man vielleicht auch mal... ...sich auf ein... ...Zaddle schreiben? Aber sowas mach ich nicht normal, ey. Also wir werden jetzt in den nächsten Folgen... ...wern wir auf... Oh, nice! Wir werden auf jeden Fall in den nächsten Folgen ...zusehen, dass wir, ähm... ...die Base wieder aufgebaut bekommen. ...nicht aus Sand. Aber ich bin echt... ...ich... ...ich staune wirklich, ey. Also bisher... ...ich sag mal nicht zu viel, ja? Ich sag mal nicht zu viel, aber ich hätte schon längst gedacht, dass wir sterben. Also... ...schon in der ersten Minute hätte ich eigentlich... ...ins Tod gesehen. Unser letztes First-Aid-Kit, das hängen wir uns mal auf. Warte mal, wir haben doch... ...Allo, wir haben doch... ...Allo, wir haben doch hier drinnen, ne? ... ...und bauen wir uns doch noch schnell halb an, oder? ...Auswärts. ...ich krieg ich aber... ...eine... ...wann das kein Kampf... ...Nahkampf ist hier, ja? ...Auswärts. 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 So, wir haben den neuen Tag. Es wird hell. Boah. ...Gut, das Schlimmste haben wir geschafft. Wir müssen jetzt mal gucken, ob wir einen Pheral-Zommel noch haben. Irgendwo. Aber haben wir nicht mehr, ne? Dann können wir eigentlich runter. Wie gehen wir denn bitte runter? Hm? Da ist noch alles voll, ne? Wir gehen da lang. Wir gehen erstmal da lang, wo die Zombies gekonnt sind. Da dürfte ja keine Verteidigung mehr stehen, ne? Da steht auch nicht spannend. Oh, da sind noch der Werte, alles. Ne, dann warten wir mal lieber. Das ist nicht gut. Noch eine Biene! Sag mal, hörst du rum? Da kommen ja immer noch welche. Es kommen ja immer noch welche. Jetzt doch mal auf, ey. Jetzt ist es so gut. Dana, ihr müsst ... Mein. Mein Teach. Mein Gott. Mein Gott. Sollt. Die sind so ... Nein, jetzt bin ich wieder voll in deinem Gesicht. Oh, 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 oh. Äh, wir sind noch bei 40, wir nehmen uns das. Na, guck mal, da läuft er immer noch, guck doch mal, da läuft er, oh. Haben wir noch Pika? Haben wir nicht. Ähm. Ach, ich hab nicht geladen, schade. Ähm, gut, ich würde sagen, wir gehen raus und machen das jetzt so gesehen, ähm, dass wir im Grunde haben, die über die Pika lücken. Versteht ihr, was ich meine? Das ist schon geil, so eine Kettenbewegung. Na, komm. Pucki, Pucki. So, wir laufen mal hier lang. Wir können uns ja hier mal, äh, Was krieg ich denn mit der Kettensege nicht kaputt, ja? Das, hab ich nicht gewusst. Habt ihr den Schatten gesehen? Ich weiß ganz genau, wer hinter uns ist. Äh, also, wir müssen die Blutung erst mal beim Flügel. Kettensegen-Massaker 2! Boah, guck mal, was der aushält. Und jetzt ist der wahrscheinlich nur bewusstlos, oder? Er ist nur bewusstlos. Ist klar, Leute. Na, guck. Teil 3! Aha. Gut, äh, oh. Was hast du denn gemacht? Der war so lieb. Alter, Leute, wir haben's geschafft. Wir haben die Horde besiegt. Nein! Das tut, ey. Ich hab mich schon wieder zu früh gefolgt, glaub ich, ne? Nein. Aber mal kurz, Paul, wir können nicht verräumt werden, ne? Wir können auch mal nach. Okay, er ist nachgedacht. Oh. Leute, wir haben's geschafft. Oh. Der De-spawned, ja? Ist ja interessant. Ne. So, wir nehmen die Magnum-Sachen mit. Nicht, dass war wieder sowas da. Alter. Also, hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, jetzt ist noch nichts zu Ende. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen noch ein bisschen aufrollen. Was? Was? Warte mal. Den sehe ich. Bitte stirb doch. Bitte stirb. Du hast doch bestimmt Shotgun bei oder sowas. Ganz tolles hast du da bestimmt bei. Schade. Okay. So, mehr dürfte jetzt hier eigentlich gar nicht mehr das Problem sein. Warte mal, wir müssten... Ach so, wir haben ja hier nicht mal den kaputt bekommen. Warum kriegt man bitte mit Markettensäge die Dinger nicht kaputt? Okay. So. Ach. Jetzt habe ich hier wieder gelockt. Dann warten wir mal kurz, was war? Das dürfte er eigentlich nicht mehr jetzt so fast, wo wir probieren sollen. Kommt doch. Man weiß nicht. Oh, guck mal an, was hier noch so rumkrabbelt, ey. Na, kommt. Fifi. Putti. Ach so, da. Okay. Ach, was ist denn hier noch los? Oh, los. Oh, ja. Hei, 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 hei. Leute, was habe ich gesagt? Punkt, wo wir schaffen das? Alter, haut mir ab. Was ist denn hier noch los? Wir haben kein Problem. Nein. Leute. Ich habe gesagt... Ach Gott, nee, ey. Ich habe gesagt gehabt, eine Sackgasse ist ziemlich kacke. Habe ich das da hinten in der Ecke mal gesagt gehabt? Ja, das ist ja ein Ding. Boah, die schießt ja auch ein Ding, ne. Das hat ja wunderbar gemacht. So, wir sind am Ende einer Folge. Ja, wir sind tot gegangen jetzt, das Feiern. Habe ich schon zu voll. Zack. Und wir haben auch genug Militierung. Okay, naja. Jetzt haben wir noch eine Wellness von 94. Oh, nein. Wir machen jetzt trotzdem noch den Plan hier, die irgendwie... Ja, eigentlich wollte ich ja eine Moderation machen hier, ne. Ich will schon mal über eine Mine laufen. Das war mal sehen, ob das funktioniert hier. Ja, oder von der Seite. Ich bin nicht über die Mine gelaufen. War gut, ihr Lieben. Wir haben ja. Jetzt sind wir zweimal gestorben. Okay. Wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, dann geht es auf jeden Fall irgendwie lustig weiter. Tschüss. Ich bin nicht über die Mitte. 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 Ich bin nicht über die Mitte.